Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, hier ist euer Dr.Scam und heute geht es um den Burask, nämlich ich habe den etwas umgebaut und ich finde es besser als das was ich davor gespielt habe, denn quasi seine Schwäche habe ich jetzt damit ausbalanciert und zwar was habe ich gemacht, ich habe auf dem ersten Slot jetzt eine Lüftung stehen, vorher war das ein Drehmechanismus und auf dem zweiten Slot eine Zielführung, vorher war das eine Optik. Das hat natürlich jetzt zur Folge, dass meine Sichtweite drastisch gesunken ist, ich bin aber trotzdem bei 451 Metern, was komplett ausreichend ist und wer mehr will kann natürlich nochmal eine Lüftung Direktive draufsetzen, dann wird es natürlich noch ein bisschen besser, ist aber theoretisch nicht notwendig. Ich habe den Panzer so ausgerüstet, weil ich ihn nur noch zum Credits-Farm benutze und ich habe auch deswegen meinen Muni-Loadout komplett verändert, ich habe 24 AP und 10 Gold, dadurch farme ich halt enorm viel mit dem Panzer, ich habe hier 6 Gefechte gespielt, gefarmen 500.000, waren ganz gute Runden, auf jeden Fall mit bei und einer davon zeige ich euch bei diesem Loadout. Für die Leute, die eher auf Damage gehen als auf Spot und eher draufstehen, damit Credits zu machen, denn Credits gibt es nochmal dafür, dass du mehr Schaden machst, würde ich dieses Setup mehr empfehlen als das mit der Optik. Natürlich kann man noch variieren, man kann auch nochmal eine Optik reinsetzen, statt der Lüftung, alles möglich, man kann natürlich auch noch verbesserte Sachen reinsetzen, hier ist das alles nur Base Equipment und damit fährt er sich trotzdem super. Aber, ich will nicht so viel drum herum reden, lasst uns das einfach im Gefecht angucken, wie er sich dann spielen lässt. Ja Leute, und hier sind wir auch wieder im Gefecht, wir sind auf der Karte Mannerheimer Linie, pures 8er Battle, ich mit meinem Burask, EatMyHeat in dem 122TM, also ich habe eine super Unterstützung dabei. Und, wir gucken mal, wie ich das hier gespielt habe und was ich gemacht habe. Zum Setup, es sind 2 Lights vorhanden und eine Artie, paar TDs, hoffenweise Mediums und genug Heavies. Und wir fahren natürlich hier oben hin, denn, ja, in der Mitte rumzutummeln ist nicht wirklich was und Heavy Line soll für Heavies mal drüber bleiben. Im großen Ganzen, mein Eindruck mit diesem neuen Setup ist einfach nur, dass ich viel sicherer schießen kann. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich sichere Schüsse daneben schieße, sondern die sicheren Schüsse treffen jetzt auf jeden Fall auch viel besser. Schüsse bei 450 Meter Distanz, 500 Meter gehen natürlich immer noch ein bisschen daneben, das ist ganz okay. Das kann auch ruhig so bleiben, denn sonst, naja, der Panzer ist schon okay, wollen wir den mal nicht zu übertreiben. Natürlich kann man noch das Ganze verbessert reinsetzen, nämlich würde mich echt interessieren, wie das Ganze verbessert ist. Leider habe ich da nicht wirklich viel Interesse drum zu testen, aber vielleicht mache ich das nochmal und dann zeige ich noch ein Video dazu. Ja, hier fahren wir einfach direkt durch, der Panther geht auf. Den ersten Hit habe ich leider nicht getroffen, aber der zweite ist reingeflogen, super. Wir spotten ihn und er hat mich, so wie ich es gesehen habe, nicht gespottet. Sehr interessant, auf jeden Fall. Und, naja, was kann man mit dem Burak sehr schön machen? Man kann richtig aggressiv und nervig spielen und das mache ich auch, auch wenn mich ein kleiner Fehler unterläuft. Da fahre ich hier raus, die Gegner gehen auf und anstatt nochmal weiter fortzufahren, fahre ich zurück. Fahre jetzt raus, schießt den ersten auf dem Revolizer, schießt den zweiten, er gibt mir aber leider einen zurück. 340, relativ viel Glück gehabt, dass er gelowrollt hat. Und wir haben schon mal 1000 Schaden. Im 8er Battle kann man natürlich sehr gut mit AP spielen. Das ist halt im 10er, also mit APCR Standard Muni, das ist mit 10er Battle jetzt nicht wirklich vorhanden. So, wir fahren hier weit einfach raus. Jagdpanther, easy raus, hier versuche ich mal den Lynx zu treffen. Wäre ganz witzig geworden, aber ich habe mich veraimt, ich habe zu weit nach hinten geaimt, quasi. Und er ist durchgefahren. Ja, hier der T92 nervt mich ein bisschen, dadurch kann ich nicht viel machen. Und ja, wir warten mal eben kurz den Reload ab. Und guck mal, was wir dann so rausnehmen können. Da vorne steht der T32 und der macht mir da so ein bisschen Angst, deswegen versuchen wir hier auf den T92 zu snipen. Jetzt kommt die Königsdisziplin. Schafft der Panzer den T92 dann zu snipen? Drunter, zweiter Hit. Er bleibt stehen. Nein, drüber. Schade. Wie gesagt, auf 450 Meter ist es natürlich jetzt immer noch kein Garant dafür, dass ihr treffen werdet. Wenn RNG sagt, ja, werdet ihr treffen, treffen. Aber wenn er sagt, nein, dann trifft ihr halt nicht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen veraimt. Kann natürlich immer sein, ich hätte vielleicht noch ein Tickchen weiter aimen können. Aber ich fand das relativ okay, so wie ich das gemacht habe und trotzdem was nicht funktioniert. Hier wird der Armix rausgeschossen. Ich kann natürlich mich wieder zurückdroppen. Ich sehe, dass meine Teammates hier pushen. Und auch wenn ich vom T92 eine kassiere, reicht mir das jetzt. Ich fahre hier jetzt einfach durch. Nehme den Panther mal raus, damit er nicht stört. Fahre hier nochmal durch, gebe Drehbo eine mit. Und drehe hier jetzt einfach mal weg. Zum Glück schießen die beiden auch nicht auf mich, dass das ich kassiere noch nicht mal schaden dafür, dass ich da so durchgefahren bin. Und das ist das Schöne am Burask. Man kann schön aggressiv spielen und schön die Gegner ärgern. Hier T92 wird jetzt gerade getötet. Ich brauche da nicht wirklich mehr drauf aim eigentlich. Und ich fahre weiter hier vorne hin. Einfach den Leuten hier helfen. Und das ist eigentlich meine Spielweise mittlerweile mit dem Burask. Ich gehe gar nicht mehr so drauf, irgendwie so vorsichtiger zu spielen. Sondern ich bin viel aggressiver, weil ich mich viel sicherer fühle, wenn ich um die Gegner herumkreise. Dass ich auf jeden Fall viel besser treffe. Da sieht man hier T44. Ich fahre einfach lang und in der Fahrt kurze Distanz. Die Schüsse bringt man super souverän ran. Mein Teammate nimmt natürlich den Revo raus. Und schon haben wir die Seite hier easy gecleared. Er steht 7 zu 1. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die Gegner rauszunehmen. Und wir werden gleich sehen, dass es einfach super funktioniert. Hier der T32 wird vorher noch rausgenommen. Von dem Eat My Heat. Wir machen dafür aber die Art hier auf. Aim ein bisschen rein. Und der Schuss fliegt super schön dahin, wo wir aimen. Richtig schön zu spielen. Kann ich Ihnen empfehlen. Auf jeden Fall probiert mal dieses Setup aus. Testet mal so 10, 20 Gefechte. Und wenn es euch immer noch nicht gefällt, könnt ihr immer noch zurück wechseln. Aber für mich fühlt es sich dadurch auf jeden Fall besser an. Und hier den Burask schaffen wir noch easy durchzuschießen. Also ihr seht, die Schüsse fliegen wirklich gut. Und jetzt bleibt nur noch übrig, das Ganze hier rauszunehmen. Und ja. Falls ihr Lust habt, auch mit mir mal Zug zu fahren, wie der Dirk. Oder einfach mal Bock habt. Schaut mal bei Twitch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Oder auf dem Discord-Server. Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Da könnt ihr mir natürlich immer schreiben, Fragen stellen. Da schreibe ich auch rein, wenn ich online bin. Und wenn ich streame und so weiter. Hier nehmen wir jetzt den Progetto mal raus. 3200 Schaden, 800 Spot. Und zu mehr kommen wir nicht ran. Der LP springt nochmal über mich rüber. Meinetwegen. Ja. Gerne einen Like und Abo da lassen. Kommentiert, was für ein Setup ihr auf dem Burask besser findet. Wie ihr ihn besser gespielt habt. Mich würde es sehr interessieren. Und in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.